Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Wir sind nach wie vor der rachsüchtige Geist und versuchen durch den Friedhof durchzukommen. Was ich hier sehr professionell zusammenbringe, das ist die Frage, kommt der jetzt näher, seht ihr mich, seht ihr mich nicht? Also das war nur das Glühwimmchen, die gnädige Frau. Wir metzeln uns heute wieder frischfröhlich durch die Gegend, weil wir es können. Ja, wir sind Profi auf dem Gebiet. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir am besten anfangen sollen. Oh mein Gott, oje, oje, Madonna, da kommt er. Wir schleichen, wir schleichen uns, pssch, leise. Ja, ja, komm da her, ja komm da her, ja komm, wer ist gleich kaputt? Ja, du bist gleich kaputt. Oh, oh. Ah, war nicht gut. Und nochmal. Ah, jetzt dreht der Saugkerl um, verstehst? Jetzt dreht er um, der hat genau gewusst, dass ich das vorgehabt habe. So ein Mistfink. Oh mein Gott, was habe ich getan? Schuh. Schuh. Ja. Ähm. Ich habe jetzt nur Glück gehabt. Was? Okay, das kommt auch mal vor. Jupp. Du skillst doch so schön. Mein Danke, das ist aber nett von euch. Ja. Wirklich, so gut wie du spielst. Also, das möchte ich auch. Das möchte ich auch können. Oh je. Ist das nicht von euch? Danke. Jetzt ist mir fast das Herz stehen geblieben. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Oh. Da ist ja noch so ein Kerl. Okay. Äh. Nichts gut. Verstecken. Da drüben ist noch so ein Kerl. Ach ja, da sind wir, ne? Eh, gut. Äh, fein. Ja. Da muss der da drüben zuerst mal verrecken. Und zwar jetzt. Und F. Tschüss. Moa. Klappt ja. So. Wir hüpfen wieder. Husch husch. Der Kerl ist weg. Jetzt müssen wir die Gelegenheit nutzen. Ah, das war Blödsinn, ne? Warte, warte. Was? Wie ist denn das jetzt gegangen? Das war jetzt nicht so gescheit von mir, weil, äh, mir fiel gerade ein da drüben. Denn wenn wir den da killen, sieht uns auf der anderen Seite jemand. Ja, ja, ich glaub so war das. Husch. Wie schaut's hier aus? Eigentlich doch gar nicht so übel, oder? Ist halt wieder ein Versuch, ne? Ist da jemand? Oh, da ist jemand. Oh, da ist jemand. Ich muss wieder zurück. Na komm. Bitte. Ach, nochmal. Okay, so zurück kann ich nicht. Ich hab gedacht, das geht. Nix da. Nix da. Vergiss es. Nicht in diesem Leben. Oh je. Und nicht auf dieser. Willst du rüberhüpfen? Ach krack. Nochmal. Hallo. Wieso hübsst du denn jetzt nicht? Du Kerl. Jetzt will ich der Appel Gas geben? Nix mit Gas. Wo hat er mich denn jetzt gesehen, dieser Zipfelklatscher? Jetzt ist er weg. Husch. Und husch. Ist er da? Ja. Ja. Und husch. Und. So. Ja. Und. Ich will in den Schatten. Müssen wir zu Fuß gehen. Ja. Die da unten sind halt nervig, ne? Der da oben sowieso. Der wär halt echt fein, den einen auszuknipseln, auszuschalten, der hier immer fortherum hatscht. Den zuerst, dann wär gut den da und den da drüben, ne? So, circa in etwa schaut's aus. Jetzt kommt er wieder. Müssen wir warten. Drei Stunden später. Äh, so. Ich freu mich schon, wenn wir die Gegner weglocken können. Das wird ne tolle, ne tolle Geschichte. Jo, die wird so toll. Aha, da wär auch gut den, vielleicht doch, dann den zuerst umknipsen. Ausknipsen, wegknipsen. Wie stellen wir das am besten an? Jetzt wär ein guter Zeitpunkt gewesen, ne? Ich muss das kurz abwarten. Der geht jetzt, ne? Ja. Ja, sobald er ihm den Rücken zukehrt, können wir das machen. Schön, und mit F. Das ist jetzt natürlich ungut. Das ist sogar sehr ungut. Das ist mehr als ungut. Schnell weg. Uff. Alter. Sagelzement. Das lief gut. Ha, 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 ha. Alter. Zocki. Du kannst ja doch's killen. Es klappt ja doch. Leck, Buckel, ey. Nicht schlecht. Ich bin grad von mir selbst. Ich bin grad. Warte, das muss ich jetzt grad im Schatten drin. Muss ich das grad genießen. Deichsel, das lief echt gut. Das lief richtig gut. Komm ich bis da rüber? Oh, tatsächlich. Hä? War da nicht immer wer? Da vorne ist zum Aufpassen schon wieder. Geh weg. Ja, du bist ein feiner Soldat bist du. Ja, ganz brav. Schön weg. Jawohl, so wie es sein soll. Alter. Alter, 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 alter. Sauber. Und weg mit dir. Ich verschwind auch mal, weil der da... Ja, ich hab's gewusst, dass der kommen tut. Ich hab's mir gedacht. Der Mistfink. Das hat schon so stark danach gerochen. Ja, schleicht die Vera. Ist gesünder. Für dich. Jetzt kommt der andere wieder. Wie ich den jetzt umschnitzeln soll, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Toilette steht einmal. So weit komm ich nie hin. Ähm, ja, Licht. Ich hasse dich. Aha. Aha. Geht der so jetzt im Kreis herum. Okay. Dann vielleicht doch noch mal hierher. Vielleicht da drüben warten, bis der eine Kerl... ...quasi kommen tut. Oje. Boah. Oje. Ähm. Oje. Puh. Der hat zuerst... Der muss zuerst weg. Wo ist denn jetzt? Kackwache. Halt, der kommt da. Zauber. Und weg mit dir. Sehr gut. Boah. Mein Finger. Den kann ich nachher wieder... ...auf Kuh schicken. Boah, das lief gut. Ich würde sogar zwischenspeichern. Das wäre so schön. Jetzt müssen wir hier mal klubschen. Hier ist alles hell, ne? Gibt es hier drüben... ...Wachen oder so? Ich habe gerade keine Ahnung. Ja, nicht ganz perfekt. Aber so kann ich ihn wenigstens verschwinden lassen, bevor er ins Licht eintaucht. Der Kerl... So. So weit, so gut. Ui. Hoffentlich versammelt das nicht. Das wäre so traurig und bitter und alles zusammen. So, dann müssen wir da drüben noch schauen, oder? Da haben wir irgendwas umgenähtet. Das ist die Frage, wie der da vorn geht. Das ist die Frage, wie der da drüben ist. Oh je. Oh je. so schlecht und weg mit ihr. Ich habe auch Glück auch noch gehabt mit dem Licht, der ist genau richtig gefallen. Das ist schön. Das gefällt mir gerade so. Ich mache noch kurz meine Finger. Der kleine Finger. Ich habe ja kleine Wurstfinger. So schlimm ist es auch nicht. Aber sie sind klein und dadurch muss ich fürs Schleichen, muss ich da den Finger ganz schön anwinkeln, inklusive Spreizen. Und das tut meinem kleinen Finger manchmal ein bisschen weh. Boah, jetzt habe ich auch noch Glück gehabt. Ich bin echt zu riskant, Schnucki. Ich wäre gern da rüber noch. Und pfff. Hihi, das lief gut. Hihi, das lief sehr gut. Boah, so langsam kann ich einen Speicherpunkt brauchen. Hach, ja. So. Hier rüber, clear. Da ist gut. Jetzt ist die Frage, ob da unterhalb von der Treppe noch so ein Kradler ist. Ich verstecke mich mal hier. Da ist auch Schatten. Ich meine zu glauben, da war auch mal wer, aber ich glaube, das war eh der, der unten rumhirscht. Aber hoffentlich habe ich keinen übersehen, ne? So, schön und gut. Wie geht es jetzt weiter darüber? Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich habe schon wieder alles vergessen. Ich schreibe mir das jetzt auf, welche Taste was kann. Ich verspreche. Ich schwöre. Das ist echt übel. Herr Rabe. Mit R. Also. Kuroso markiert das Ziel. Kuroso Rabe ist R. So. R-Taste. Dann probieren wir das gleich mal aus. Äh, zurück. Äh, Kuroso. R-R-R-R. R-R-R. Also mit R tut sie mal nichts. R-R-R. R-R-R-R. Er für Rabe. Nuh-nuh. Nup. Äh. Ich habe schon wieder etwas verkehrt. Ich weiß ja nochmal gescheit, wohin ich muss. Nein, da drüben scheint es nicht zu gehen, oder was? Eigentlich schon, oder? Zumindest mal die Gegend wollte ich hier anschauen. Ich wollte nur mal klubschen, ob sich hier eventuell eine Rolle versteckt haben könnte. Eine Rolle Schrift. Nö. Ja, was zu essen wäre jetzt auch nicht schlecht. Mein Magen knurrt auch schon wie ein Einser. Einmal habe ich mitten in der Nacht solchen Hunger bekommen, dass ich mich selber erschreckt habe. Ah, da müssen wir her. Super. Lol. Ah, nix da. Hallo. Was? Lichtbarriere. Eine... 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 So was gibt es auch? So eine Schweinerei. Eine Lichtbarriere. Pff. Bitte, wer braucht denn sowas? Husch. 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 Freund oder Feind? Feind. Da hinten ist einer. Oje, Madonna. Kann ich da rüber? Rüber, drüber? Da her? So? Ja. Immer noch kein Speicherpunkt. Und schleifen. Wie geht der Gratler da hinten? Oh, nix gut. Nix gut. Schnell weg. Oh, nix gut. Okay, da geht woanders hin. Oh, nix gut. Da hat das Herz stehen geblieben. Hat man das gemerkt? Das da schaut. Das schaut auch verdächtig aus, da herüben. Ich will nix riskieren. Ehrlich gesagt, es hat nicht gespeichert, glaube ich, ne? Noch nicht. Da hinten zieht einen Speicherpunkt, der Bastlgeld. Wir botschlippeln, wie ich er bin. Da drüben steht auch so ein Gratler. Da drüben geht ein Gratler. Oh, oh. Ich muss weg. Wie komisch geht denn der bitte? Der muss jetzt als nächstes weg. Das Gemeine ist halt echt, wenn du nix zum Speichern hast, dann du sein kaputt. Wenn man so ungeschickt ist, würde ich sagen. Der muss auf jeden Fall als letztes abgängig wird werden, weil der, wenn, wenn ich am Licht, ne? Ich kann den nicht verschwinken machen. Jo. Da bist du jetzt mal da? Aha, der geht da drüben. Aha. Okay. Das heißt, ich kann, so kann ich schon mal mich rantasten. So. Die Wache da drüben. Ich glaube, jetzt hätte ich ihn abmuxen müssen. Aha. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Vielleicht lieber noch mal eins weg. Noch mal zwei weg. Ist keiner da? Kannst dir schauen. Kommen. Du Nappel. Ich liebe, dass mir die Schatten verschwinden. Ich liebe es. Wir haben jetzt schon wieder kaputt gewesen. Ich liebe es. Na, geh heim. Oh je, jetzt geht der da lang. Äh, was? Patrouilliert der jetzt weiter? Oder geht er so auf seinen Posten zurück? Ich glaube, er geht auf seinen Posten zurück, ne? Ich hoffe mal. Jo. Jo. Tut er, mach ihn du. Ah, da sind jetzt zwei Kradler. Das ist natürlich auch nicht fein. Okay, der schleicht sich schon. Sauber. Das wäre schön, da rüber zu kommen. Da rüber. Also jetzt mal beobachten, wie der geht. Okay, das wäre jetzt nicht so schlimm. Komm, 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 komm. Ach, kack, wurscht. Stecken. Was haben wir da? Einen Garten. Einen Garten. Endlich ein Speicherpunkt. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Dein Speicherpunkt. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich gerade. Ja. Was auch immer jetzt passiert, es ist da nicht umsonst. Aha, da sind überall diese Lichtbarrieren. Ich sollte vielleicht auch, bevor wir weiter hatschen, sollte ich vielleicht auch mal schauen, so im Schatten, da, was wir denn, ob wir jetzt was lernen können. Nix noch. Okay. War vier kostet schon? Verbesserte Erholung. Ach so, ja, das ist aber auch nicht so schlecht. Das wäre auch nicht so übel. Kostet zwei. Ja gut, dann brauchen wir halt noch eine. Aber immerhin haben wir schon mal welche. Wir haben schon welche. Wir haben schon welche. Ich bin jetzt gerade froh. So. Mal schauen, wie es hier ausschaut. Es hat gespeichert. Es hat gespeichert. Es ist so schön. So. Herr Schnuckibutz. Oh. Denn ich bald werde am Bock geschossen. Geh du mal weg. So habe ich das nicht gemeint. Ich bin jetzt nicht. Ich bin nicht da. 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 Jetzt bleibt es hier nochmal stehen. Der Zipfel. Ja. Das ist logisch. Logisch. Ich bleibt der Zipfelglatscher stehen. Freilie. Aber jetzt ist er. Jetzt haut er ab. Jawohl. Jetzt können wir in Ruhe den da niedermeucheln. Außer von da oben. Da schaut uns jemand zu, oder? Boah, ist das gemein. Geht der weg? Na. Gut, das heißt, wir müssen ganz rauf. Aber Vorsicht. Der sieht uns springen, nämlich. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wenn wir von ganz oben da beginnen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Topfen gemacht. Der ist weg. Das ging. Cool. Nein, dass sie nicht mehr in Nerven, um Gottes Willen. Nein, es ist ja alles chillig hier. Ja. Ist der, kommt der? Der steht da gerade, ne? Hau bitte ab. So bist du eine feine Wache. Schnell weg mit dir. Und Abmarsch in die Chatties. Yeah. Jo, jetzt ist schon mal leichter. Jetzt können wir uns dann den Kerl davor knöpfen. Boah, deswegen nur Glück gehabt. Uhuhu. Und dann können wir uns schon wieder ein bisschen freier bewegen. Vielleicht gibt es hier noch eine zweite Schriftrolle. Das wäre echt eine feine Geschichte. Ich werde mich mit ihm mit ihm mitbewegen, so, dass er mich auf keinen Fall sehen kann. Ich hoffe, dass er mich nicht sieht. Das läuft gerade so gut. Bitte. Lass mich Glück haben. Nein, ich bin so froh, dass er mir die Schriftrolle hat. Ich bin so froh, dass er einen glatten Speicherpunkt hat. Boah, ey, ist das cool. Und weg mit dir. Schnell, 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 lauf, 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 lauf. Oder gehen geht auch. Das war knapp. Holla, die Waldfee. So, schon mal anvisieren. Komm nur her. Und das war's mit dir, du miesst Kerl. Wow. Sehr gut. Ah, wie schön. Mal kurz wieder die Finger. So. Entschuldigung. Das hört sich bestimmt gerade komisch an. So, jetzt können wir wahrscheinlich ein bisschen durchsuchen. Süchen? Ein bisschen durchsuchen. Ein bisschen durchsuchen, ob es hier noch Schriftrollen gibt. Vielleicht da drüben. Kann ich da kurz so schlafen? Naja, Fisch gibt's hier. Getrockneten Fisch, wohlgemerkt. Dann, ja. Mua, schau, was da leuchten tut. Volle Hüten gibt's da eine. Geile Kacke. Äh, Entschuldigung. Ich, ja. Ich schau zu viel Dead by Daylight, dass, ähm, ja. Von vier gewissen Personen, ähm, ja. Das scheint schon ein bisschen abzufärben. So, ich geh mal hier in die Ecke. Wird mich wohl keiner sehen, hoffentlich. Uh, ein Schrein ist dort auch. Also, wir schauen mal kurz. Wir können lernen, hier. Kantentötung. Ein Schattensprung zu einer Kante. Neben einer Wache tötet diese sofort. Das ist so geil. Das nehmen wir auf jeden Fall. Bitte. Yes. Und zurück. Uh, gespeichelt. Das hat auch gespeichert. So, Kratler. Da war, glaube ich, irgendwo einer, oder? Na? Nix. Aber ich muss nochmal zurück, ne? Mir fehlen jetzt noch ein paar. Das könnte jetzt aber auch nur, warte mal kurz, wieder auffüllen, die Schattis. Ups, da, ups, da. F. Li, li, li. Moa. So, das könnte jetzt auch nur sowas gewesen sein. Und dass es hier in Wirklichkeit dann gar nicht weitergehen tut. Sondern wieder da. Komm, wusch. Aha, gesonnen, wusch. Muss ich bid' warten. La-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la. Da-la-la-la-da-dam-da-ta. Da-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-s? Äh, so, wusch. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Fällt das auf? Ja, oder? Da. Wusch, wusch. Sprinti, sprinti, sprinti. Wierter zu, wo? Ich kann mir schon vorstellen, dass das hier irgendwo weitergehen tut, aber ich habe da ja noch ein paar Leute zum erledigen und das darf ich nicht vergessen, um Gottes Willen. Und wie stelle ich das jetzt an? Der hat das nicht mitbekommen. Ich bin ja nur wahnsinnig. Der hat das nicht mitbekommen. Ich habe ja nur Glück. Dahin ist noch so ein Kerl, ich sehe dich. Boah, ey, ich habe ja nur Glück. Der hintere muss zuerst weg, glaube ich. Dann können wir den da nehmen. Würde ich zumindest mal gerne probieren. Husch! Fehler. Fehler. Nochmal. Oh Gott, bitte lass mich gut gespeichert haben. Na, hat er das alles nicht genommen? Hör auf jetzt. Echt? Oh, das waren keine Speicherpunkte, das war nur das... Ach, na, der Schrein auch nicht? Aber es hat doch gespeichert. Jetzt aber nicht dein Ernst. Ich glaube, ich trau. Jetzt sind die Kratler alle wieder da. Ach, jetzt, Kuhn. Und ich habe mich so sicher gefühlt jetzt. Du musst echt die ganze Kacke jetzt ohne... Habe ich noch die Fähigkeiten? Die habe ich noch. Liebes Spiel, das ist nicht nett. In keinster Weise nicht. Aber der Part ist eh schon vorbei. Boah, ist das gerade bitter. Jetzt spiele ich das so sauber durch das Level. Ein Fehler und das waren keine Safe Points. Das waren nur Fähigkeiten. Alter, nicht einmal das Schrein. Ich bin enttäuscht. Echt. Das ist echt bockschwer. Puh, na dann müssen wir im nächsten Part das nochmal so sauber hinkriegen. Wie soll ich das denn schaffen? Ich kann nicht einmal Aufnahmestopp machen. Das ist echt nicht nett. Naja. Scheiße, ne? Das war... Es ist richtig Pech. Naja, der Part ist auf jeden Fall mal vorbei. Na gut, ihr Lieben. Das ist gerade echt eine bittere Geschichte. Aber was soll man machen, ne? Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.